Hallo Freunde des gepflegten Städtebaus, hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt. Ja, bei mir und Forge of Empires. Wo ich jetzt hier erstmal alles abkrabbeln muss. So, mein Katapult Camp. Wollte ich doch gar nicht, ich wollte doch bloß mein Haus leer machen. Oder eins meiner Häuser. Meine Burg ist noch nicht fertig. Oh, hier ist voll. Meine Taverne ist voll. So sammle ich denn mal ein, was mich dortens erwartet. Da ich im Moment, oder kann ich jetzt mittlerweile dann doch wieder? Ich muss mal gucken, ob ich... Meine... Ja, ich habe meine 20 Bronze bekommen. Ich habe 20 Gold für 20 Bronze eintauschen müssen. Sehr, sehr intelligenter Kurs. Na gut. Uh, achso. Ich bin jetzt im Hochmittelalter angekommen. Du hast dein neues Zeitalter erreicht. Dein Rathaus produziert nun 4000 Münzen pro Tag. Das verlangt nach einer Feier. Hier ist eine Belohnung für dich. Hm, nom, nom. Komm, öffnen. Uh, 2000 Gold. 2000, äh... Wie nennt sich's? Vorräte? 10 Fortsprung. Also ich kann draufgehen. Hahaha. Und 80 Medaillen. Uh, da könnte ich ja eventuell... Neu verfügbar. Ja, hier, ja, 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 Erweiterungen. Genau, deswegen mache ich den Scheiß, ja. Hier, da, da wollte ich hin und dann muss ich hier. Ich muss das da und das da und dann kann ich das da und das da. Dann kann ich das da. Dann habe ich hier wieder drei Land-Erweiterungen mehr. Ja, was ist jetzt passiert? Uhu! Schön. Ich wusste gar nicht, dass die damals im Hochmittelalter schon Feuerwerke kannten, aber na gut. Ich weiß nicht, wann war das mit den Kanonen? Das war auch irgendwann im Mittelalter. Forschungspaket. Angebote öffnen. Ne, ne, nix da. Bauwerkepaket. Ne, ne, alles gut. Das kostet nur wieder Diamanten. Gildenexpedition beendet. Dein herzlichen Glückwunsch, du hast deine Gildenexpedition erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt hat deine Gildenexpedition gesammelt. 30.000 macht. Die nächste Gildenexpedition startet erst in 15 Stunden. So, so. So, hier habe ich was erledigt. Erlatcht. Angriff und Attentat. Durchlaucht. Das scheint, als ob die Übergriffe durch die Barbaren und das Attentat zusammenhängen. Was ist das für ein Attentat? Wovon redet der? Wir wissen nicht, wer dahinter steckt, aber die Spur führt. Nach Dunkelwald. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Vielleicht trachtet man euch, äh, auch euch nach dem Leben. Eine beliebige Technologie erfordern, ja. Und dafür kriege ich Honig. Cool, dann kann ich hier meinen Honig ums Maul schmieren. Drei Sektoren infiltrieren, das kriege ich hin. Zweimal eine vier Stunden Produktion fertigstellen, das kriege ich auch hin. Ich mache es nämlich so ständig. Nur vier und acht Stunden Produktion. Außer ich bekomme hier gesagt, mach mal fünf oder so. Hier. Vier. 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 Und vier und vier und vier und vier. Und vier und vier und vier und vier und vier. Und das warst du. Ich bin mir manchmal nicht so genau sicher, welches Gebäude ich angeklickt habe. Deswegen muss ich dann immer nochmal gucken. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was mache ich mit meinen Forge-Punkten. Gebe ich sie jetzt für mich aus? 20 habe ich hier jetzt angesammelt. Gebe ich sie für mich aus oder mache ich hier weiter? In den legendären Bauwerken. Okay, ich bin auf der Suche nach Blaupausen. Im Moment die Zeus-Statue. Ich habe vorher die Arsche gemacht. Aber bei der Arsche sind sie im Moment alle so weit weg. Das dauert alles so lange. Deswegen habe ich mir die Zeus-Statue. Ich weiß auch gar nicht, die Zeus-Statue, die Arsche kann ich glaube ich gar nicht bauen. Ich brauche da ja spezielle Rohstoffe für, die ich gar nicht habe. Die könnte ich mir unter Umständen allerdings von meinen Clan-Kollegen schenken oder geben lassen. Irgendwie im Tausch gegen, keine Ahnung, ein zukünftiges Dings gegen eine Million Holz oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich bleibe dann erstmal hier. Hau uns meine 20 Forge-Punkte da rein. Ich habe das richtig mitbekommen. Aber habe ich ja jetzt zwei Land-Erweiterungen. Hallo? So. Damit lässt sich ja erstmal einen Moment lang arbeiten. Hallo? Nichts da. Wo sind hier meine? Meine Erweiterungen. Ich habe gar keine Erweiterungen. Scheiße. Jetzt habe ich meine 20 Forge-Punkte mal doch lieber hier irgendwo reingeknallt. Gut, in den nächsten Forge-Punkte knorze ich da wieder hier rein. Damit ich das da und das da. Was brauche ich denn hier überhaupt? Habe ich alles? Geh weg. Geh zu. Wie? Kann ich nicht mal gucken hier oder was? Was ist für ein Beschiss? Achso, ich muss erst noch den hier machen. Ich muss die Alchemie auch erst noch machen. Oh, ich brauche mehr Honig. Und Stoffe. Oder Stoff. Na gut, dann gehen wir in den nächsten Punkt halt hier rein. So ein Sheet. Ich dachte, ich hätte vorhin irgendwie gesehen, dass ich... Sind die irgendwie in meinem Inventar gelandet oder sowas? Nö. Nicht so wirklich. Ich habe ja auch so viel Zeug mittlerweile. Das Rosarium, ich weiß immer noch nicht so genau. Das müsste ich auch mal irgendwo setzen. Ich bräuchte noch mehr Menschen und überhaupt. Es ist alles nicht so einfach, wenn man so eine kleine Stadt hier... ...managen will. Ich habe vorhin gesehen, ich habe hier den ersten in meiner Taverne sitzen. Das ist alles nur Säufer. Nur Säufer. Ein Herrenhaus. 188. Was habe ich denn hier? 111. Wieso kann ich das denn schon bauen? Ich dachte, das käme erst später. Das heißt, es ist einfach so jetzt freigeschaltet worden. Ich dachte, das käme erst das nächste Häuschen. Hier, dachte ich erst. Das Stadthaus. Und das wiederum heißt ja dann jetzt... Ich könnte... Ich könnte also quasi anfangen... Scheiße. Deswegen habe ich das jetzt schon. Weil es mich scheiß fucking 300 Diamanten kostet. Leck mich doch am Arm hier. Hier ist aber schon das gleiche. Ja, natürlich. Deswegen sind die Dinger auch schon alle freigeschaltet. Oh, die hier nicht. Die Ziegelei und der Kräuterhändler. Da muss ich noch gucken. Nein. Nee, es bringt ja nichts. Achso, ich bin hier, oder? Nee. Die Windmühle. Doch, hier. 500 Diamanten. Die Drückerei. 400 Diamanten. Ein Wasserspeier. Den Zaun könnte ich bauen. Was will ich denn mit dem Zaun? Ich habe so schon nicht genug Platz. Nicht genug Platz für meine Gebäude. Dafür wünsche ich ja nicht auch noch Platz für einen scheiß Zaun. Für einen hübschen, lieben Zaun. Aber auch nicht. Ja, aber cool. Hier will schon wieder jemand mein Freund werden. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe immer wieder Leute hier, die mich überfallen. Die mir meine Sachen rauben. Finde ich nicht gut. Ich nehme dich mal an. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe sowieso so eine kleine Liste. Ich gucke mir die letzten hier. Die gucke ich mir immer ganz genau an. Lass denen in einer Woche Zeit. Dann gucke ich hier. Hier sitze ich noch. Hier sitze ich noch. Taverne ist voll. Ich gucke mir immer hier die Punkte an. Und was die Taverne sagt. Wenn man sich das innerhalb von einer Woche nicht ändert. Dann werden die Leute wieder direkt aus meiner Liste rausgetreten. Weil ich kann nur 50 glaube ich. Oder 49 oder irgend sowas. Kann ich nur meine Freundesliste haben. Also noch weniger als ich bei Simpsons haben kann. Zum Beispiel. Wo man Jahrhundert haben kann. Und selbst das sind schon zu wenig. Also mir zumindest. Persönlich. Jetzt so. Gerade mal. Aber egal. Aber so inaktive braucht ihr dann auch nicht. Die nehmen wir hier nur Platz weg. Die kommen mich nicht besuchen. Die gehen nicht in meine Taverne. Die motivieren oder polieren mir hier keins meiner Gebäude. Das ist doch Kacke. Das ist ja Kacke. Sprühstuhl. Um es mal genau auszudrücken. Aber ich glaube. Ich glaube das war es dann jetzt erstmal schon wieder. Ich wüsste jetzt zumindest auf Anhieb nicht. Was kann ich hier noch? Nachrichten. Ja nix. Halt Förderketten hier überall. Kann ich ja noch nicht mitmachen. Lohnt sich ja nicht. Weil ich habe noch keine. Noch keine legendären Gebäude. Mit denen ich mich in diese Kette eingliedern könnte. Ich brauche definitiv mehr Platz und mehr Häuser. Und ich glaube ich muss wirklich bald mich von meinem Langhaus verabschieden. Das ärgert mich natürlich so ein bisschen. Weil es mich ja Diamanten gekostet hat. Gezwungenermaßen. Ich weiß schon. Aber am Anfang gesagt das Ding bleibt stehen bis in der Zukunft irgendwann. Aber auf dem Platz wo hier eins steht. Kann ich ja zwei hinsetzen. Und dieses eine Langhaus. Muss mal schauen. Wo ist denn hier das Langhaus? Hier ist das Langhaus. Da sind nur 70. Da sind nur 70. Aktuell kann ich. Was 111? Im Schindelhaus habe ich 111. Das heißt ich könnte 222 da reinsetzen. Das heißt ich hätte 152. Ist das richtig? Ja, ich glaube schon. Die ich hier mehr hätte. Also ich glaube. Ich glaube. Ich glaube du musst jetzt sterben. Du armes Langhaus. Du bekommst nichts zurück. Ich bekomme nicht mal was zurück. Achtung. Dies ist ein Premium Gebäude. Und du hältst keine Diamanten zurück. Ich bekomme ja überhaupt nichts zurück. Und ich verliere auch noch 70 Leute. So eine Unverschämtheit. Zerfräschheit. So. Dafür baue ich jetzt hier nochmal zwei Schindelhäuser hin. Ein Schindelhaus. Zwei Schindelhaus. Man kriegt hier wieder ein paar mehr Leute. Zwei Hundertdrein... Zwei Hundertdrein... Zwei Hundertdrein... Zwei Hundertdrein... Zwei Hundertdrein... Zwei Hundertdrein... Sechzig müsste es da schon glaube ich sein. Gut. Dann war es das. Aber jetzt... Ich könnte höchstens noch... Kann ich hier noch irgendwas? Ich kann bestimmt. Es gibt ja noch ein paar Ecken hier. Die gehört noch gar nicht mir. Und die hier gehört nur zum Teil glaube ich mir. Und da gehört auch schon alles mir. Hallo ich habe draufgeklickt. Ich habe da draufgeklickt. Ich habe alles gekauft. Verhandeln. Hier. Da fehlt was. Kann ich verhandeln. Kann nur angreifen. Was habe ich denn hier? Leichte Einheit. Artillerie. Und schwere Einheit. Du bist gut gegen schnelle Einheiten. Gegen schnelle Einheiten. Gegen schwere Einheiten. Gegen schwere Einheiten. Also. Nehmen wir mal dich. Und dich. Und dich. Und dich. Dann standardmäßig. Zwei Katapulte nehme ich jetzt noch mit. Und hier waren noch leichte Einheiten. Dann habe ich ja auch noch was. Gegen leichte Einheiten. Gegen Fernkampfeinheiten. Gegen leichte Einheiten. Dann nehme ich noch dich. Und dich. Gegen leichte Einheiten mit. So. Und weil ich faul bin. Lass ich jetzt den Computer entscheiden. Und kriege wieder auf die Fresse. Naja. Nicht ganz. Provinz erobert. Glückwunsch. Ihr habt. Diese Provinz in euren Besitz gebracht. Und zum Zugang zu einem neuen Gütervorkommen. Bekommen. Granitgestein. Achso. Ich dachte. Da wäre eine Kiste. Eine Schatzkiste oder sowas gewesen. Ne. Granitgestein. Wo war denn die Schatzkiste? Ah. Hier war die Schatzkiste. Ja. Cool. Das heißt. Sturmhohen in deinem Besitz bringen. Hab ich gemacht. Ich krieg 5.000 Vorräte. Die zwei Provinzen östlich von Sturmhohen auskundschaften. Mag ich ja auch. Ich hab aber sonst nichts zu tun. Alle Sektoren der Provinz. Sturmhohen. Inquitrieren. Hab ich auch gemacht. Hallo. Belohnung. Alle Gütergebäude des frühen Mittelalters haben. Ich bin jetzt im Hochmittelalter. Warum hab ich nur ein Gütergebäude gebaut. Achso. Ich hab natürlich immer nur die Gütergebäude gebaut. Ist ja logisch. Die ich hier auch verfeinern kann. Wie sagt man nicht verfeinern? Egal. Ihr wisst schon was ich mein. Gibt es dir angezeigt? Wie es heißt? Nö. Deswegen hab ich natürlich auch immer nur die Dinger. Deswegen hab ich nur Eisen und Juwelen und Gold und Holz irgendwo hier ganz unten noch. Genau da ist Holz. Ach ja hier und Dings. Steine. Und von daher mehr gibt es halt hier nicht jetzt für mich. Was nun? Wini, wini, wizi. Ich kam, sah und siegte. Oder wie ist die... Möchte gern US-Präsidentin und eventuell nächste US-Präsidentin. Die macht mir noch viel mehr Angst als der Trump. Ganz im Ernst. So schön gesagt hat, als es um den Gaddafi ging. Wir kamen, wir sahen und er starb. Dann hat sie blöd gelacht. Allein dafür müssen wir ihm den Baseballschläger voll in die Fresse hauen. Mindestens einmal so, dass ihr die Zähne alle rausfliegen. Und ihr der Unterkiefer irgendwo am Nacken hängt. Wie, Produktion abbrechen. Schnauze, Produktion abbrechen. Hier, da, rekrutieren. Und da auch. Nein, das soll kein Aufruf zur Gewalt gegen Frau Clinton sein. Zumindest kein offizieller, wer Subtext lesen kann, der ist bei mir sowieso an der falschen Adresse. Bei mir gibt es keinen Subtext. Bei mir gibt es nur Schlagzeilen. Schlagzeilen vor allen Dingen. Huch. Warum kriege ich jetzt hier unten auf einmal... Was ist denn das? Ach so, ich bin hier bei Nachbarn. Hier war ich ja noch nie. Das gefällt mir nicht, der gut. Das ist alles böse. Und hier ist besser. Alles gut, alles Freunde. Taverne besuchen. Mach ich dann gleich. Ich gehe... Also spätestens alle zwei Tage, alle 24 Stunden. Genau, schaffe ich es natürlich nicht. Ist ja logisch. Aber spätestens alle zwei Tage, äh... Gehe ich alle meine Freunde und alle meine Wildmitglieder besuchen. Und überall. Bei all meinen Freunden gehe ich auch in die Taverne. Auf dass sie das auch alle bei mir machen. Von daher... Zwei Forge-Punkte. Ist das nicht süß? Oh. Von daher würde ich sagen, das war es jetzt erstmal von mir für diese Runde. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Oder abonniert meinen Kanal, falls ihr es nicht ohnehin schon längst getan habt. Ich bin auch weiterhin offen für Tipps und Tricks. Aller Art. Wenn ihr was wisst, lasst es mich auch wissen. Lasst mich nicht dumm sterben. Ich bin doch so ein hübscher junger Kerl. Ich habe es nicht verdient, dumm zu sterben. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hab viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao.